opavishta prapadasana ist die sitzende zehenspitzenstellung oder auch die aufgerichtet sitzende zehenspitzenstellung von der hockposition ausgehend sitzt du auf den fersen fersen sind erhoben du bist auf den zehenspitzen du gibst die knie relativ hoch und gibst dann die ellbogen oder die oberarme auf die knie und legst die hände übereinander du könntest jetzt entweder ganz bequem noch das kinn auf die hände setzen dann sieht es so ganz entspannt aus oder du kannst auch den kopf weiter hinten und die hände etwas weiter nach vorne geben dann ist es für das gleichgewicht noch mal eine neue herausforderung